Roland Kaiser ist einer der erfolgreichsten Musiker im Schlager-Business. Jetzt feiert er sein 50. Bühnenjubiläum. Seine Fans überrascht er aus diesem Grund mit einer ganz besonderen Ankündigung. Dabei geht der Sänger einen großen Schritt. Vor knapp 50 Jahren stand ich zum allerersten Mal auf einer Bühne. Dieses unglaubliche Jubiläum möchte ich im Sommer 2024 mit euch allen im Rahmen einer ganz besonderen Live-Tournee feiern, schreibt Roland Kaiser auf Instagram. Weiter heißt es Neben ausgewählten Open-Air-Bühnen werde ich zum ersten Mal in meiner Karriere auch in einigen Stadien spielen dürfen. Was für viele Weltstars schon längst Alltag ist, wird also jetzt auch für Roland Kaiser wahr. Die Schlager-Ikone bringt seine Show unter anderem in die Stadien von Köln und Rostock. Alles unter dem Motto RK50 – 50 Jahre, 50 Hits, so Roland Kaiser Kaiser weiter. Zudem kündigt er in seinem Post auch noch weitere Überraschungen an. Auf Instagram rasten die Fans aus und kommentieren fleißig den Post des Schlager-Stars. Fans dürfen sich somit auf ein unvergessliches Erlebnis freuen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon in dem kurzen Videoclip, den Roland Kaiser mit seiner Ankündigung teilt. Darin zu sehen sind einige Ausschnitte von vergangenen Konzerten. Ende Mai nächsten Jahres geht es dann los mit der Jubiläums-Juar. Musik 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 Musik